hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge resident evil 4 remake auf der ps5 mein name ist michael und wir spielen weiter wir müssen immer noch ashley finden und ja aber ich glaube dass wir schon nah dran sind ja wir werden sie schon finden und machen wir weiter ich habe eben nach meinen waffen erst klar so dann gehen wir mal und zwar hier durch hier ist das eine tümmelstufe 2 da kommen wir wahrscheinlich keine schlüsselkarte haben okay okay hier brauchen wir auch eine schlusskarte der stufe 1 ja kalt auszulieren rechts da ist ein schatz links ist ein schatz und da auch hinter uns ach so hinter dieser tür kommen wir ja gerade nicht rein oh shit was war das oh shit ich komme gerade nicht rein ich komme auch nicht rein ich komme gerade nicht rein gehen aber erst mal da dreien obwohl das viecher hier reingegangen ist aber wohin ach so da sogar vorbeigelaufen sollte die funktion jetzt und da ist das scheint offen und da ist das scheint offen den schatz habe ich jetzt da komme ich nicht rein ich habe immer eine schlüsselkarte hier ist eine elektronische elektronische schloss hebel zu stromversorgung wo war das denn jetzt da gehen wir mal hin er hat jetzt strom ach so jetzt war ja 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 Scheiße, was bist du denn los? Oh je, 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 Schlüsselkarte Nummer 1. Oh fuck, da war ich jetzt drinnen, das musste ich rechts. Oh no. Ja, weiter. Karte benutzen. Ich muss den Strom einschalten. Ach fuck, lol, darf ich jetzt zurücklatschen? Ah, ja. Aua! Mein Gott, du Mistvieh, Alter. Hä? Jetzt habe ich den Strom ausgemacht. Also, hey. Okay. Ja. 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 Karte. achte die mitte fehlt schweb 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 meine fresse jetzt wird er schon wieder hohe jungs ja 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 Oh fuck Missed, noch einer? Uh, uh überschrieben schlüsselkarte überschrieben so stufe 2 habe ich jetzt muss ich hebe die strömversorgung dahin der nächste rechts und treppe runter ich habe jetzt richtig ne stromversorgung ah 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 donde te has metido que atraparemos Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Puto cabrón. Dejate. Sieg, estás ahí. Ahí está. No sientes el coño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ah. Ah. Oh. Schießpulver Kraut? Gelbes? Hallo? Hallo? Ha Hmm Okay Stufe 3 Stufe 3 Hm Hm Flinten Munition Uh-huh ok da haben wir wieder eins zusammen fünf stück das ist doch jetzt sieht man wo man bei den dicken hinschießen muss machen wir das doch mal sogar der wird von parasiten kontrolliert der da klatsch sehr schön ich brauche einen schraubenschlüssel probieren was hat der verloren ok guck mal an wer hat also den schraubenschlüssel in seinem dicken bauch oder was dann Schlüsselkarte Noch einer? Nein. Gut. Will keiner mehr. Gut. Hmm. Hmm. so hinter uns um yo 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 um so jetzt sind wir hier und durchbruch stimmt da war ja die Ashley Ashley um shit 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 du wirst wieder shit 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 kapitel beendet sehr schön ja leute dann machen wir hier schluss in diesem video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja schaut um auf twitch vorbei und zwar unter xx michael bio xx wenn ihr keine live mehr von mir verpassen wollt schaut dort rein folgt mir dort sehr super toll und schaut mal auf youtube bei mir vorbei und zwar unter gaming michael bio auch dort wünsche ich mir freue mich wenn ihr mir dort wenn man jetzt mal wie es kommentiert liegt und auch sehr gerne wenn er es möchte ein abo da lassen würde sehr super toll und somit sage ich bis zum nächsten mal euer michael